Servus FCH-Fans! Ich freue mich, euch heute sagen zu dürfen, dass ich meinen Vertrag hier um fünf Jahre verlängert habe. Ich freue mich, unglaublich weiter Teil dieser großartigen Familie sein zu dürfen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für das Vertrauen der Verantwortlichen, des Trainerteams und der Mannschaft in meine Person, in mich als Spieler auch. Dass sie mir die Möglichkeit geben, weiter hier Leistung bringen zu können, weiter Leidenschaft auf den Platz zu bringen, Emotionen auf den Platz zu bringen und auch weiter tolle, coole Geschichten schreiben zu können, denn wir sind noch lange nicht am Ende. Meine Familie und ich, wir fühlen uns hier unglaublich wohl, heimisch, sind gut aufgenommen worden vor fünf Jahren, als wir hergekommen sind. Und deswegen gab es gar keine andere Alternative, als weiter hier bleiben zu können. Und deswegen freue ich mich einfach, Teil dieser großartigen Geschichte sein zu dürfen und freue mich auf viele kommende Geschichten, die wir noch schreiben werden. In diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich bald wieder im Stadion auch. Bis dahin! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020